Ich lerne Deutsch. Nummer 10973 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die beste Kommunikation ist die, die verstanden wird. Die beste Kommunikation ist die, die verstanden wird. Ich habe zum ersten Mal von dieser Idee gelesen. Das ist eine ganz neue Herangehensweise an das Problem. Ich habe zum ersten Mal von dieser Idee gelesen. Das ist eine ganz neue Herangehensweise an das Problem. Ich habe zum ersten Mal von dieser Idee gelesen. Das ist eine ganz neue Herangehensweise an das Problem. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Manchmal muss auch der Teddybär gewaschen werden. Er hängt zum Trocknen auf der Wäscheleine. Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Kann ich dir helfen? Du scheinst überhaupt kein Konzept zu haben. Kann ich dir helfen? Du scheinst überhaupt kein Konzept zu haben. Für jeden Arbeitsgang muss ich die Maschine entsprechend einstellen. Für jeden Arbeitsgang muss ich die Maschine entsprechend einstellen. Für jeden Arbeitsgang muss ich die Maschine entsprechend einstellen. Er zeigt sich rücksichtsvoll und macht Platz für die anderen Autofahrer. Er zeigt sich rücksichtsvoll und macht Platz für die anderen Autofahrer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Er zeigt sich rücksichtsvoll und macht Platz für die anderen Autofahrer. Er zeigt sich rückgängig. Vielen Dank.